Ehemalige Stickereifabrik Iclefrère AG, Feldlichstrasse 31 und 31a. Die Stickereifabrik der Firma Iclefrère gehörte zu den bedeutendsten Unternehmen der ehemaligen Gemeinde Straubenzell. Hier waren auch die ersten Schifflistickmaschinen der Ostschweiz in Betrieb. Geschichte Die Firma Iclefrère AG betrieb auf diesem Areal seit 1880 eine Stickereifabrik und richtete hier die erste Schifflistickerei der Ostschweiz ein. Diese Fabrik wurde 1901 durch den Bau Feldlichstrasse 31 ergänzt und 1906 durch die Nummer 31a ersetzt. Die Neubauten entstanden nach Plänen des Architekten Wendelin Hene. In der Krise der Stickereiindustrie schloss die Firma Icle ihre Fabrikationsanlagen. Im Gebäude Nummer 30 befanden sich ab den 1920er Jahren unter anderem eine mechanische Werkstätte und eine Autoreparaturwerkstätte. Auch an der Feldlichstrasse 31a wirkten im Laufe der Zeit verschiedene Unternehmen. Seit 1930 etwa die Firma Vitrum, die Glaswaren für medizinische und chemische Zwecke produziert. Architektur Die lang rechteckigen Bauten bilden ein Ensemble. Nummer 31 zweigeschossig mit erhöhtem Mittelrisaliten und Wallendach. Nummer 31a viergeschossig und mit Flachdach. Beide Gebäude sind durch vertikale rote Sichtbacksteinlesenden gegliedert und ihrer ursprünglichen Funktion entsprechend mit großen Fenstern versehen. Für seine Zeit wirkt der Bau von 1906 überaus modern. Heutige Nutzung Die Gebäuligkeiten haben heute eine stark durchmischte Nutzung. Namentlich durch Architekturbüros, Ateliers in den Bereichen Design, Kommunikation und ähnliche.